WDR 2 Pop. Szene im Westen. Drei Bands und Musiker aus Nordrhein-Westfalen, die sich endlich mal mit ihren Titeln einem größeren Publikum vorstellen wollen, kriegen sie auch diese Woche wieder von uns hier im WDR 2 Pop. Alles Leute, die eigene Musik machen, diese aber auch noch ganz selbst an den Mann bringen müssen. Alle drei Neuen, die können sie sich schon die ganze Woche über im Netz auf wdr2.de anhören und da auch per Mausklick abstimmen für den Song, der ihnen am besten gefällt. Das heißt, sie haben es in der Hand, wer hier am Montag zum Wochengewinner gekürt wird. Dritte Neuvorstellung für diese Woche kommt von der Country-Rock-Band Gary Higgins und The Coal Miners aus Hamm. Und wenn man auf den Text erachtet ihres Songs, könnte man meinen, dass die Band den Hollywood-Skandal um den Produzenten Harvey Weinstein schon vorausgesehen hat. Aus Hamm. Gary Higgins und The Coal Miners mit Mieser Typ. Aus Hamm. Gary Higgins und The Coal Miners mit Mieser Typ. Aus Hamm. Gary Higgins und The Coal Miners mit Mieser Typ. somebody chirp mit Mieser Typ und anderer hat dich wirklich lieb. Ich will alles, um das zu eigen. Ich glaub, ich bin ein mieser Typ und, nachher alles, was es gibt... Ich glaube, ich bin ein mieser Typ und mache alles, was es gibt... Sagen, wir sagen, ist mir ganz egal! Untertitelung. BR 2018 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 Ja, als hätten wir schon geahnt. Gary Higgins and the Coal Miners aus Hamm mit dem Mieser Typ. Neuvorstellung Nummer 3 für diese Woche im Rahmen unserer Szene im Westen Band Aktion. Alle drei Songs dieser Woche können Sie auch nochmal auf wdr2.de anhören und da dann auch gleich abstimmen für den Song, der Ihnen am besten gefällt.